Shirozuri Omosako, Jumbo Tosai, sind auch Gindrin Shirozuri dabei, hier kostet das Stück 400 Euro, sind ca. 30 cm groß, sind ungesechst, sind Männer und Frauen, so männlich und weiblich und wenn hier jemand was möchte, kann er E-Mail schreiben oder anrufen. Die Fische sind sehr gut qualitativ, also wir haben die einzelnen selektiert.